Moin Moin meine lieben Steam Deck Freunde da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf Steam Deck Checker. Ich bin's, euer Fabi und ich habe ja vor kurzem ein Video gemacht über Emodeck 2.3 und da haben viele in die Kommentare geschrieben, Mensch, ich nutze Retro Deck. Retro Deck ist doch viel entspannter, viel cooler und und und. Auch auf Facebook wurde mir das gesagt und Retro Deck hatte ich ehrlich gesagt nie ausprobiert. Ich hatte immer nur Emodeck auf dem Schirm, also ich kannte Retro Deck, aber ich habe es nie ausprobiert. Schande auch mein Haupt. Aber das fuhren wir an der heutigen Stelle nach und ich kann schon mal vorab sagen, Retro Deck ist eine richtig coole Kiste. Also danke noch mal für die Empfehlung, für die Tipps. Mir macht Retro Deck echt viel Spaß. Ich kratze hier auch definitiv in diesem Video nur an der Oberfläche, was Einstellungsmöglichkeiten angeht. Also da gerne auch noch mal in die Kommentare dran schreiben, was ihr vielleicht meint, sollte ich noch mal den Usern zeigen und so weiter. Da beschäftige ich mich gerne noch mal in einem weiteren Video mit. Also ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Video, wie ich Retro Deck einrichte und dementsprechend am Ende gibt es auch noch mal ein kleines Fazit. Also viel Spaß mit dem Video. So liebe Freunde, dann schauen wir uns mal Retro Deck an. Ich bin jetzt hier auf dem Desktop Modus. Da kommt ihr ganz einfach hin, aus dem Gaming Modus heraus über ein Aus und dann in den Desktop Modus wechseln. Ich habe hier mal Maus und Tastatur verbunden. Das macht das Ganze einfacher, um euch das zu zeigen. So und der Vorteil bei Retro Deck ist auf jeden Fall, so viel weiß ich schon mal, ist definitiv, wir können das Ganze einfach aus dem Discover Store heraus laden. Das heißt, wir gehen in den Discover Store und suchen mal nach Retro Deck. Das tippen wir jetzt mal einfach rein. Und da haben wir das schon. Da wird schon mal angezeigt. Hier auch noch mal ein paar Informationen dazu. Links zur Webseite, Dokumentation. Also wer da Interesse hat, kann da noch mal reinschauen. Das installieren wir mal. Und was wir noch als Zusatztool heraussuchen, ist das Tool Boiler. Ich nenne es jetzt mal Boiler. Das können wir auch noch mal herunterladen. Und dann warten wir einfach mal, bis das Ganze installiert ist. So und wenn das Ganze installiert ist, starten wir erst mal Boiler, um Retro Deck ganz einfach Steam hinzuzufügen und auch mit ein bisschen Artwork zu versehen. Wir könnten hier zum Beispiel noch mal andere Sachen auch importieren aus Epic, Heroic und so weiter. Aber wir entscheiden uns erst mal nur für Boiler, Retro Deck und Firefox. So und um ein Image zu bekommen, damit es auch schön aussieht, brauchen wir einen Authentication Key von SteamGridDB. Den finden wir hier. Da müssen wir einmal den Link hier öffnen und dann müsst ihr euch da einmal mit euren Steam Account einloggen. Das mache ich mal eben mit meiner Kamera auf dem Smartphone über den Steam Guard. Und zack, schon sind wir angemeldet bei SteamGridDB. Beziehungsweise müssen wir uns noch einen Usernamen aussuchen. Und das machen wir mal eben. Und drücken hier Register. Und dann können wir auch dementsprechend ein Key bekommen. Und deswegen das drücken wir jetzt hier nochmal. Dann dürfte uns eigentlich auch schon dementsprechend dorthin lotsen. Create RPKey. Den können wir jetzt hier einmal kopieren. Up. Dort rein. Und dann haben wir das auch schon. Dann safen wir das Ganze. Und dann können wir das Ganze hier einmal importieren. Er sucht jetzt nach Images. Lädchenpaar runter. Dann Importing Games. Und dann dürfte das Ganze auch bei Steam schon integriert sein. Das überprüfen wir mal eben. Und da haben wir es auch schon. Retrodeck wurde importiert. Ebenso wie Boiler. Boiler. Mein Gott, das ist aber auch ein Name. Ganz wichtig ist, ihr solltet Steam einmal schießen und neu starten. Dann seht ihr das auch. Ansonsten empfiehlt sich auch, wenn ihr zukünftig solche Einstellungen machen wollt, Stop Steam Before Import und Start Steam After Import. Das könnt ihr nochmal Boiler einstellen und funktioniert das Ganze reibungslos. So, jetzt sind wir hier aber in Retrodeck. Er startet jetzt hier die Konfiguration. Die würde ich noch auf dem Desktop machen. Und hier sagen wir einfach mal Intern Speicher, wo halt die ganzen ROMs abgelegt werden sollten. Also den Data Folder von Retrodeck. Könnt ihr natürlich auf der SD Karte machen oder eine Custom Location. Wir nehmen den Internal Storage. Und jetzt haben wir noch mal ein paar optionale Sachen. So, wir nehmen auf jeden Fall die Steam Controller Profile. Nehmen wir natürlich mit. Schön ist es, ist zwar vielleicht rechtlich bedenklich, dass hier schon für einige Emulationen oder Emulatoren dementsprechend schon BIOS, also Firmware, angeboten wird. Ansonsten immer mal Retro BIOS Pack auf Google suchen. Dann findet ihr auch dementsprechend was. Oder System, zum Beispiel Playstation, BIOS, Download, Google hilft. Ich kann da nicht helfen. Gibt da auch keine Links und keine Tipps. Aber die beiden Firmwares nehmen wir einfach mal mit. Ich bewege mich einmal ganz kurz hier aus dem Fokus. Damit ich nicht im Bilde bin. Und dann empführen wir das. Und jetzt lädt er das einmal runter. Und das dauert dementsprechend, je nachdem wie eure Netzwerk Verbindung ist. So, nach der Installation der Firmware können wir jetzt hier auch nochmal reinschauen in Retro Deck. Das läuft natürlich am besten immer in Game Mode. Deswegen macht das hier jetzt nicht so viel Sinn. Wir sind auch nicht mit Tastatur und Maus. Aber das gucken wir uns gleich nochmal an, weil ich wollte jetzt euch nochmal kurz zeigen, wo denn die ROMs erstmal geparkt werden müssen. Das ist ähnlich gestaltet wie bei Emo Deck. Ihr geht hier einmal hinter mir, seht ihr schön, Geräte Home, Deck. Und dann habt ihr hier den Ordner Retro Deck. Und dort haben wir alle möglichen Ordner. Bios für Bios. Borders für Borders. Dann gibt es nochmal Logs. Dann auch nochmal was für Mods, Saves, Screenshots, Shaders und so weiter. Uns interessieren jetzt aber erstmal die ROMs. Und hier haben wir alle unterstützten Systeme. Bei manchen Bezeichnungen, da fragt man sich vielleicht der eine oder andere, welches ist gemeint hier. Das ist natürlich Commodore VIC-20 oder VC-20. Der Volkscomputer damals nur als Beispiel. Da seht ihr den vollen Systemnamen. Also wenn ihr mal nicht wisst, wo müsst ihr eigentlich hin, dann notfalls hier mal so ein bisschen durchschauen. SNS ist klar, Super Nintendo. Aber dann gibt es halt auch nochmal so ein paar Sachen wie Mega Drive hieß ja dort Genesis. Obwohl sie haben hier einen Mega Drive Ordner und einen Genesis Ordner. Und ansonsten haben wir natürlich noch so ein paar Abkürzungen wie dementsprechend GB wie Game Boy oder GBA Advanced. Hier habe ich zum Beispiel ein paar schon drinnen. Und in dieser System-Info-Datei könnt ihr dann auch immer noch rauslesen, welche Pfeilerweiterung, also welche Dateierweiterung denn hier unterstützt werden. Gut. Also, dann schauen wir uns das Ganze doch jetzt mal im Gaming-Mode an. Ja, und im Gaming-Mode angekommen wieder, geht ihr einmal in eure Bibliothek hinein. Und dort findet ihr unter Steam Fremd jetzt auch RetroDeck. So, bevor wir das Ganze hier einmal starten, gehen wir nochmal in die Einstellungen hinein. Eigenschaften, beziehungsweise halt, da war ich einmal kurz falsch abgebogen. Denn ihr geht hier einmal aufs Controller-Layout. Da wollte ich nämlich hin. Und dort wählen wir nämlich dementsprechend einmal die offizielle RetroDeck-Vorlage herunter. Hier gibt es einmal Simple und einmal Full. Wir nehmen einmal die Full. Da sehen wir dann auch schon dementsprechend, was dort alles belegt ist. Die wählen wir, wie gesagt, einmal aus. Genau. Layout anwenden mit der X-Taste. Und dann war es das auch schon. Und dann können wir einmal RetroDeck auch mal starten. So, und jetzt müssen wir hier nochmal ins Menü hinein. Da gehen wir dann über die Taste. Und wir wollen ja auch dementsprechend schöne Artworks haben. Teilweise auch Videos, Handbücher gibt es dementsprechend. Dafür brauchen wir sogenannten Scraper. Und da gehen wir einmal in die Scraper-Einstellung rein. Und ich nehme eigentlich immer Screenscraper-FR. Das ist so eine Webseite, da könnt ihr euch einmal kostenlos registrieren und dann eure Account-Daten hier einmal eintippern. Dann geht ihr einmal hier in die Einstellung rein und gebt eure User-Daten ein. Jetzt könnt ihr natürlich noch einstellen, dass ihr alle Spiele, also was ihr herunterziehen soll, oder keine Metadaten, keine Bilder und, und, und. Ich sage aber alles und wähle auch für alle Systeme, die ich habe. Ich habe jetzt nur ein paar ROMs beispielsweise installiert. Und jetzt können wir nochmal Content-Settings auch nochmal gehen, was ihr alles ziehen wollt. Also bei ganz, ganz großen ROM-Sammlungen kann das richtig Platz wegnehmen, Gigabyte-technisch, ne? Also das kann dann schon mal gerne bei ganz, ganz großen Sammlungen, 10, 20 Gigabyte, weil wenn ihr dann noch schöne Videos und Artworks haben wollt, das braucht halt Speicherplatz. Aber es ist halt wunderschön dann anzusehen. Aber das gucken wir dann gleich nochmal im Nachgang. Jetzt lassen wir hier Scraping einmal laufen. Gott sei Dank sind es nicht so viele Spiele. Zwei von 37, drei von 37 und dann schauen wir uns gleich mal das Resultat an. So, letztes Game in der Mache. Dann ist das auch schon soweit gescrapet. Und dann gehen wir nochmal dementsprechend zurück. Jetzt können wir auch noch auf UI-Themes gehen. Wir können uns noch ein paar Theme zum Beispiel downloaden. Finde ich auch eine coole Sache, dass es hier unterschiedliche Themes gibt. Also dann kann man natürlich sich nach einem persönlichen Gusto nochmal austoben, was einem lieber gefällt. Also da einfach auch mal ein bisschen vielleicht rumspielen. Ich lasse jetzt aber eigentlich erstmal das Artbook Design, lasse ich jetzt erstmal drin. Sound Settings könnt ihr noch. Und was ich auch noch empfehlen kann, ist hier einmal den Retrodeck-Konfigurator. Den haben wir nämlich nochmal hier. Da können wir am besten wieder mit Maus und Tastatur oder Touch arbeiten. Da könnt ihr nämlich auch noch verschiedene Presets und sowas einstellen. Da wechsle ich jetzt hier nochmal ganz kurz so ein bisschen meine Position. Und dann wählen wir die doch mal aus. Und jetzt können wir nochmal Global Presets einstellen. Rewind enable. Finde ich auch cool, dass man dann vor und zurück spulen kann. Ich will die Funktion auf jeden Fall enable. Rewind. Weil ich finde das schon cool. Hat zwar ein bisschen was von cheaten. Den einen oder anderen. Aber ich will halt entspannt spielen. So, und dann gehen wir nochmal zurück. Wir könnten jetzt hier auch Retro Achievements machen. Und das ist auch cool, wenn ihr halt Achievements haben wollt. Jagen tut auf Steam, auf Xbox, Trophy und wie der ganze Krempel heißt. Dann könnt ihr euch hier bei Retro Achievements einmal einloggen. Und das tue ich einmal. So, Login hat funktioniert. Jetzt kann ich natürlich die Systeme auswählen, wo ich gerne Achievements für haben will. Haben wir jetzt hier für RetroArch. Das ist ja die Engine-Emulatoren-Sammlung hinter den ganzen alten Geschichten. Wir können es aber auch ebenso für Playstation und Playstation 2 aktivieren. Ich aktiviere es dementsprechend einfach mal. Was ich auch mal wieder empfehle, ist Quick Resume würde ich auch enablen. Ist enabelt, dass man halt an der Stelle wieder einsteigen kann, wo man vorher war. So, werfen wir nochmal einen Blick auf die weiteren Einstellungen. Hier hätten wir noch Retro-Arch, Resets und Settings. Ja, da braucht man eigentlich auch nicht so viele Einstellungen. Und Wii und Gamecube. Da gibt es nochmal ein paar Geschichten. Ansonsten können wir hier auch nochmal in die einzelnen Emulatoren rein wechseln. Hier könnten wir zum Beispiel auch nochmal Retro Deck. Haben wir die Möglichkeit, das Ganze zu verschieben. Oder leere ROM-Folder zu entfernen, komprimieren und, und, und. Und ebenso könnt ihr auch an dieser Stelle nochmal die Firmware, wenn ihr es am Anfang übersprungen habt, für die PS3 und die PS Vita installieren. Und natürlich Update Change, ähm, Update Check. Das meinte ich, das könnt ihr hier auch einmal aktivieren. Ist definitiv eine sehr, sehr schöne Geschichte. So, und jetzt gehen wir nochmal in den Konfigurator nochmal rein. Weil wir wollten nochmal gucken, was es sonst noch so gab. Bubble Shooting, Backup Data, Perform BIOS, Check wahrscheinlich. Genau, Check & Verify von BIOS Files. Also, da habt ihr auch nochmal ohne Ende Möglichkeiten. Und dann gucken wir nochmal Utilities. Hier können wir auch nochmal ein Data Cleanup machen. Zum Beispiel, wenn ihr mal ROMs gelöscht habt oder so. Andere Settings und auch hier ganz viel VRAM Limit könnt ihr hier nochmal einstellen. Theoretisch könntet ihr da natürlich dementsprechend nochmal hochgehen. Aber gerade bei den meisten Systemen reichen 512 MB dicker aus. So lange ihr nicht anfangen. Alles ab Playstation 3 würde ich jetzt mal pauschal behaupten, wird VRAM technisch. Also alles drüber sollte man da mehr einplanen. Aber die laufen in der Regel auch nicht über Retro Art. Also, da braucht man sich dann auch keine großartigen Gedanken machen. Und hier gibt es auch noch unzählige Einstellungsmöglichkeiten. Zum Beispiel Automatik Gaming Collections. Last Play zum Beispiel. Also, einfach Wahnsinn, was es hier gibt. Controller Type wurde schon mal Xbox ausgewählt. Aber wir gehen jetzt hier einfach mal die Systeme durch. Und hier haben wir zum Beispiel Mystic Quest, Pokémon, Super Mario. Also, ich habe hier einfach mal so ein paar Systeme gemacht. Und ich finde das schon mal sehr, sehr übersichtlich. Finde ich wunderschön. Was haben wir noch? Last Play haben wir natürlich nichts. Nintendo Entertainment System. Haben wir auch nochmal ganz viel hier mit drinnen. Terminator. Also, ich habe hier nur ein paar Sachen. Wir können ja einfach mal eine Runde Tetris spielen. So Freunde, wir sind in Tetris drinnen. Und ihr habt jetzt auch noch eine Möglichkeit. Über das linke Touchpad könnt ihr hier auch nochmal so ein paar Einstellungen vornehmen. Das ist ein bisschen fummelig, muss ich ganz ehrlich gestehen. Zum Beispiel über L1 und R4 könnt ihr den letzten State laden. Finde ich auch schon mal eine ganz coole Kombi. So, und wenn ihr die beiden Analog Stick gleichzeitig eindrückt, kommt ihr auch nochmal ins Menü hinein. Und da könnt ihr dann zum Beispiel auch nochmal einfach das Spiel beenden. Zum Beispiel Rewind Support schalten wir jetzt einfach mal ein. Und an meiner Weise war es ja eigentlich schon aktiviert. Jetzt habe ich hier schon ein bisschen bei der ganzen Spielerei ein bisschen hier mich verbaut. Aber ich könnte es ja noch schlimmer machen. Aber mit L2 und R4 gedrückt halten, dann könnt ihr zurückspulen. Das könnt ihr natürlich dann auch noch in den Einstellungen dann dementsprechend etwas beschleunigen. Aber ihr seht, das ist schon mal durchaus so möglich. Und wie gesagt, mit L1 und R4 könnt ihr zum Beispiel den letzten State laden. So, und jetzt gehen wir zum Beispiel mal einfach mal raus, drücken Quit. Und jetzt starten wir das Spiel nochmal. Und sind genau da, wo wir unseren letzten Autosave-Saved hatten. Also das finde ich schon mal cool. Und auch an dieser Stelle können wir wieder bei L2 und R4 trotzdem noch zurückspulen. Das wurde alles dementsprechend einmal gesaved. Und das finde ich schon ganz schön großartig. Also gut, bis zum Einstieg wurde gesaved. So macht das Spaß. Video Achievement Stopp. Da sieht man es auch schon. Achievement 1 habe ich freigeschaltet. Also das finde ich alles schon sehr, sehr cool gelöst. Jetzt habe ich zum Beispiel ein Spon Nintendo Spiel gestartet. Und ich hatte diese schönen Bezels an der Seite nicht. Die musste ich jetzt hier nochmal einfügen. Und da gehe ich dementsprechend unter die Settings, User Interface. Und dann können wir Onscreen Overlay. Und hier Overlay Preset. Da könnt ihr euch unzählige aussuchen. Also wie gesagt, ich habe jetzt hier einmal das NES hier genommen. Wir könnten auch Super Famicom nehmen. Wenn ihr das mögt, dieses klassische japanische Design. Ansonsten haben wir hier auch dann Super Nintendo am Start. Übrigens, wenn ihr in solchen langen Listen unterwegs seid, könnt ihr bei L1 oder R2 immer so 10 Abschnitte springen. Das macht das Ganze dann doch etwas angenehmer. Und jetzt gucken wir nämlich nochmal nach Nintendo Game Boy. Jetzt habe ich schon Game Boy gestartet. Und, ach, schön, hervorragend. So lässt sich es doch aushalten von der Übersichtlichkeit. Ja, und da haben wir ihn, den Super Mario. Und gerade mit Clicky Buttons auf euren Steam Deck macht das gerade so richtig Spaß, solche Spiele zu spielen. Und dann auch mal wieder Rewinden. Das geht auch alles. Wiii. Und natürlich auch Safe State. Aber guck mal, wir können über L1, können wir hier auch noch wirklich die Farbmodi durchgehen. A la Game Boy Advance ist natürlich auch toll. Über L2 und L1. Also die Möglichkeiten sind hier wirklich fast unbegrenzt. Finde ich wirklich cool. Hier wirklich klassisch grauer Game Boy. Matrix-like. Ist schon cool. Ist eine coole Spielerei. Definitiv. Das macht Spaß. Das macht Freude. Eine Funktion, die ich auch super cool finde, ist der Screen Safer. Wenn ihr nämlich den X-Button drückt, kommt ihr nämlich in den Screen Safer hier hinein, vom Hauptbildschirm aus. Und da seht ihr die Spiele laufen, die ihr im System habt, so als Screen Safer. Also das ist ja was, wie wir den Scraper heruntergeladen haben. Wenn wir zum Beispiel mal links oder rechts auf den Analog-Sticks oder Steuerkreuz drücken, dann springt der da dementsprechend einmal zwischen den ganzen Spielen hin und her. Und das ist einfach mal cool. Also gerade, wenn man so etwas dann auch mal am Fernseher verwendet. Ich finde das cool. Oder auch vielleicht mal das ein oder andere Spiel sich als Inspiration zu holen, was ich als nächstes spielen soll. Coole Geschichte das. Ja, was soll ich zu Retro-Deck sagen? Ich bin begeistert. Ich persönlich mag die Trennung, ehrlich gesagt, zu den anderen Spielen auf dem Steam Deck. Im Gegensatz zu Emodeck. Emodeck, da binde ich ja über den Steam-Room-Manager die Spiele quasi als Steam-Fremde-Applikationen ein. Hier habe ich das Retro-System quasi entkoppelt und starte nur Retro-Deck und suche mir dann das Spiel raus. Finde ich persönlich auch übersicherer, gerade bei großen Sammlungen. Oder generell macht es das doch dann ein bisschen sauberer. Weil wenn ich da mal eine ROM lösche, dann ist sie gegebenenfalls immer noch in Steam eingebunden. Wenn ich dann nicht nochmal eine Steam-Room-Manager starte und, und, und. Also so finde ich das Ganze sehr, sehr komfortabel. Und wie gesagt, ich kratze hier nur an der Oberfläche an Einstellungsmöglichkeiten. Das ist einfach Wahnsinn, was hier möglich ist und wie komfortabel das auch ist. Also, wie gesagt, schreibt gerne nochmal in die Kommentare, wenn ihr noch mehr sehen wollt. Oder was ihr gerne noch sehen wollt, was vielleicht unklar war. Ich greife das gerne nochmal in einem weiteren Video auf. Und ansonsten sage ich nur Danke fürs Einschalten. Einschalten, gerne auch ein Abo und ein Like da lassen. Da freut sich das YouTuber-Herz definitiv. Und ansonsten schaut auch mal auf unseren Discord-Server vorbei. Eine coole Community oder in meinen Amazon-Webshop, wenn ihr noch ein bisschen Zubehör braucht. Für Steam Deck oder andere Hinterzins. Da werdet ihr definitiv fündig. Ansonsten sage ich nur Once you get a Deck, you never go back. Insbesondere, wenn Retro Deck kommt um die Eck. Also, bis dann. Ciao, ciao.